Wieder führe ich euch in die Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm. Das Lichtwunder, das Raumerlebnis. Ludwig Ade, der Ulmer Künstler, hat hier aus Ton geschaffen die Kreuzwegstationen, die ich mit euch betrachte. Besonders beeindruckend, Jesus ruht im Grab, wie die Wächter drauf liegen und schlafen. Der Jugendchor aus Wetzlar singt dazu, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann auf Golgatha. Eine gesegnete Karwoche wünscht euer Ernst. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, Der in bittern Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Das Geheimnis des Gerichtes über alle Menschen Schuld. Das Geheimnis meint, das Geheimnis meint, Das Geheimnis meint, das Haus des Vaters mit verbohlt. Nun in heilgem Stille schweigen stehen wir auf Golgatha. Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering. Als für Sünder der Gerechte in des Todes wachen gehen. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, Ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah. Dennoch dreht als Überwinder Christus durch den Sterbensturm. Und die Sonne des Todes wiederverführt zum Leben der Erdenprohn. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg vom Golgatha. Die Begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen Ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen, ja, wir preisen deine Träume. Ja, wir dienen dir von Herzen, ja, du machst alles neu.